Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 10 Ja also ich habe mir jetzt ein neues Audio Plugin, genau gesagt das neueste heruntergeladen Und jetzt sollte das ganze ein bisschen besser laufen Natürlich mit den Einstellungen muss ich mich jetzt an das neue Plugin ein bisschen ungewöhnen Aber prinzipiell sollte es besser laufen So Sorry, ich teste nochmal kurz was bei den Einstellungen So Jo, definitiv besser Ne eigentlich Ich weiß nicht, warum geht das jetzt auch als Shop, dann würde ich nämlich noch kurz einkaufen So 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 And So Oh, da war es nichts. Und nochmal. Okay, jetzt muss es passen. Ja, das Hauptproblem ist eben, dass Fraps die Ressourcen wegnimmt. Sprich, das ganze Spiel läuft langsamer, denn ohne Fraps, also ohne Aufnehmen, läuft die Normalgeschwindigkeit. Vielleicht himmelig dafür noch irgendeine Lösungsmöglichkeit. Und sonst, ja, bleibt mir nicht viel über, was es so zu lassen. Ja, wenigstens schon entspannend. Okay, Tidus, geht schon, steh auf. Mach dich letztlich. Okay, also besuchen wir Ohaka. Mit den allen können wir nichts anfangen. Ah, hier haben wir hier. Hey, Kollege. Okay. 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 Das sind mir 2.500. Make it up. I'll make it up. Okay. So, okay. Jetzt können wir nämlich auch shoppen. Ich möchte mal so... ... 10 potions und 5 instals Nimm und 2.000 2.000 2.000 1.000 Oh, okay, wir haben nicht mehr mehr 1.000 Fakt ist, wir können ihnen Geld geben und es wird durchaus seine Vorteile haben. 1.000 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 Oh, ja, jeez, ist das, too, eh? And whose fault is that? Not mine! It is mine, huh? What's wrong? You seemed kind of mad back there. I don't know. What's wrong? You seemed kind of mad back there. They were being rude and... I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? Thank you. How come? Sir Jack used to always tell me stories. It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Yuna... Wanna come over to my place? Right. Sure. As if I had a place to show her. I do believe you're... Oh. I'm not very conversely. And, oh, yes. We have the ball. What brings the ball? What brings the ball? The ball brings the following... Freizeitbeschäftigung. ... ... ... ... ... White... Naja, ein bisschen schneller könnte er im Spiel nur noch vertragen, so 10% schneller vielleicht, wenigstens. Tja, als Kind war Tidus nicht gerade der Beste. Sollte dich mal im Ball treffen. Tja, als Kind war Tidus nicht gerade der Beste. Tja, als Kind war Tidus nicht gerade der Beste. I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. Ja. Du kannst nicht machen, kid. Aber nicht so, mein Junge. Du bist nicht der Einzige. Niemand kann das machen. Ich bin der Beste. Hm. Selbstsicherer Vater. Es ist aber auch eine Möglichkeit, seinen Sohn zu motivieren. Ich bin der Beste. 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 Die Beste. Vielen Dank.